Ganz überraschend kam es nicht mehr. Ole Werner, der soll also an der Weser das Ruder jetzt übernehmen und Werder Bremen aus dem Tal der Tränen holen. Neuer Trainer in Bremen. Und darüber wollen wir natürlich reden und fliegen mal direkt nach Bremen. Ach wunderbar, unser wunderbarer Kartenflug. Kult ja mittlerweile schon im deutschen Fernsehen, kann man sagen. Und in Bremen begrüßen wir unseren Reporter Markus Baltschewaith, der die frischesten Infos für uns hoffentlich parat hat. Da ist er, Balou, so dürfen wir dich auch im Fernsehen nennen. Das ist dein Spitznamen seit vielen, vielen Jahren. Privat und hier bei BILD. Sag uns, ja, Ole Werner ist es jetzt geworden? Wenig überraschend, doch überraschend oder gar nicht überraschend? Erst mal hallo nach Berlin. Nein, es ist natürlich wenig überraschend. Es hat sich schon in den letzten Tagen abgezeichnet. Er war der Top-Favorit, er war die Wunschlösung und er ist es am Ende auch geworden. In der Nacht konnten noch die letzten Modalitäten zwischen Werder und Holstein-Kiel, da stand er ja noch bis zuletzt unter Vertrag, geklärt werden. Das heißt, Holstein bekommt eine kleine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich. Und das hat letztlich dann den Ausschlag gegeben, dass Holstein gesagt hat, okay, komm, das machen wir, wir lassen ihn ziehen. Und ja, jetzt hat Werder einen neuen Trainer. Im Laufe des Tages wird es dann offiziell bekannt gegeben. Im Laufe des Tages wird es dann offiziell bekannt gegeben.